Mein Begriff von Regie ist eigentlich Verdichtung. Dinge zusammenziehen oder auf eine Frage hinaus wollen oder wissen, welche Frage man stellen will oder welchen Reiz man setzen will. Also eine Übersetzung zu finden für diesen Vorgang, dass die Mannschaft die ganze Zeit in dem Heizraum arbeitet, sich da zu Tode schuftet und das in irgendeiner Weise sinnlich in den Raum zu bringen und die Spieler da trotzdem den Raum zu geben, dass sie das für sich glaubwürdig machen und nicht verdrängen oder müssen, dass sie ja auf der Bühne stehen. Also das hinzukriegen war die größte Herausforderung. Mich beeindruckt Leidenschaft und Beharrlichkeit. Also wenn man einfach merkt, dass jemand wirklich dafür brennt, was er macht, das finde ich unglaublich verführerisch. Also eigentlich egal bei was. Jemand hat irgendwie eine Vision, eine Idee oder so und brennt dafür. Das finde ich so ansteckend und irgendwie inspirierend. Da kriegt man mich sofort. Ich finde, dieser Preis geht an das ganze Team vom Totenschiff. Damit sind wir alle gemeint, weil es eine Gemeinschaftsleistung war und wir alle drangeblieben sind mit Leidenschaft und Beharrlichkeit. Deswegen geht ihr an uns alle. Ich bin Clara Weide und ich bin Regisseurin.